OBS hängst du dich jetzt bitte auch noch auf. Ah ne, OBS läuft. Hey, wow, ich bin begeistert. So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Hamstie Raged wegen Vodafone. Ist das nicht euer Ernst, oder? Warte mal. Char verloren jetzt. Nein, nein, okay. Ich dachte, die Sachen können nicht gedownloadet werden, weil ich vor dem Traveling gecrashed bin und ich jetzt nur noch die Hälfte hätte. Aber nein. Fuck, wir müssen unsere Timenamen noch ändern. Ja, ich weiß. Wie nennen wir uns? Ja, ist scheinbar auch Hamstie. Ja, wie nennen wir uns? Wir machen einen Namensvorschlag. Ja, ja, dann machen wir gleich kurz in die Ice Cave rein. Ich sehe gerade keine Beacons. Ich glaube, es ist keiner da. Scheiße. Wir können uns männlicher Gut nennen. Was? Männlicher Gut. Männlicher Gut. Ach so, ja, okay. The fucking day done. Warte. Männlicher Gut. Ach, man kann keine Ä, Ö, Ü und so machen. Da müssen wir mal ähnlicher Gut halten. Ja, ist auch kacke. Okay, ja, deswegen ging er auch dumm und dümmer nicht. Das ist ein Dropdown. Im Wasser? Oder was? Ne, ne, von oben drauf. Oder es ist irgendwo doch woanders. Ne, ist Dropdown, ist Dropdown, du hast recht. Aber da, da baut jemand drinnen. Ja, wollten wir ja eigentlich eh nicht drinnen. Ja, ja. Mit dem Dropdown fühle ich es nicht. Ehrlich. Type of Lovis. Ja, also Drops ist hier gerade Toten Hose. Lass mal wieder Lava Golem gehen, sowas in den ersten zwei Minuten. gefickt werden. Äh, ich meine natürlich, wir wurden noch nicht, nein, wir wurden noch nicht besiegt, Leute. Warte, wo waren wir? Fjord oder was? 1, ne? 1, ja. Hä, wieso haben wir keine Base mehr? Was? Ach, die Forge ist nicht reingerendert. Leckt mich am Arsch. Ich stand gerade davor und zwar nicht da. Hast du beim Gate Auto closed gemacht? Ja. Auto Open and Close. Okay. Gut. Hier ist ein Archie vor der Base. 140. Du warst hier, hast du gehört? Bist du noch da? Ja. Bin noch da. Mhm. Aber jetzt sind zwei Archies. Wir sind am Kanus-Farm. Da machst du gerade 100. Mhm. Dann haben wir jetzt versucht auf jeden Fall. Ich tame, wir versuchen mal den Archie hier zu tame. Okay. 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 ich einfach nicht mehr hä wo ist der ich glaube schon gerade war doch hier ist der andere hallo ich finde ich nicht wo ist das war es da unten irgendwas nicht da unten war es 41 mini 41 food hatte ja wichtig was hast du erbeutet wenn die scheiß dann endlich mal wenn ich die scheiß wenigstens gehen könnte weil er ist 167 prozent 167,5 der movement sieht max das ist das für eine scheiße warum nicht warum nicht 170 das ist ja so unsatisfying 150er piet 35 preteam weight schlecht nicht unbedingt aber es ist so gottlos am legen bei mir meine güte bei mir nicht das an leute ich habe genau drauf geworfen ja danke alter ja ich kann zurück was geil ist du kannst du uns halt unsere becher nicht mehr sie spinn durch den wasserpartner ja aber die hier wurde es ist bin es genervt ja weil die haben das so gemacht hast die bullets nicht mehr die sinken dann kassiert nicht alle die ja nicht treffen sollten das irgendwie eingestellt dass nichts mehr die singen heißt alle shots treffen deswegen waren die ganzen runner genervt 49 weight hat er stabil 39 storm ja ist leider male ja wobei nein ist eigentlich gut male durchkomme mit ganz viel gepäck kann man auch habe ich in der lila bieten noch mit risky risky ich glaube ich habe ja diese bienkönigin und sowas ich glaube die könnte man vielleicht auch für blueprints machen hier ist ein gamer am drop habe ich gepickt hat keine whip ok also den kriege ich er lockt mich aus also mein petri er schafft es auch einfach gefühlt habe ihn getötet weil ich einem der beste bin gern junge schmutz aber er hatte ne 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 das ist mein petri rollred sattel 60 ammo wow ja ich erwähne es doch nur man da müsst ihr in sinne rollred thames ist noch mehr wenn wir schon das was wir dafür haben warte ist noch mehr wenn ich doch oder sind sofort ist weg ok aha wie kommst du darauf wieso haben wir keine base mehr ich weiß was die frage ist nicht reingerechnet leckt mich am arsch jetzt kann einer hergeportet auf petri warte warte wo ist leckt einfach ist der klaus naja hier am strand kann ich nicht picken er ist als oberhard gewesen jetzt werfen wir mal den zu chasen ist hier ist einfach mal die sachen ausladen komme ich ins wasser abgemontet was passiert hier bloß ist ultra am legen ist märmler noch seine mission gepickt über dem wasser zu kämpfen ist ja der größte scheiß ist eigentlich sinnlos zum helst zu sein ja aber er ist am strand vom helz hier ist die schade hier ist die schade hier ist er hier ist er hier ist er hier sind wir hier ist er Sie müssen verstehen, Leute, ich habe hier gerade einen ultrahohen Ping, bei mir hängt einfach alles. Ich kann dich nicht. P, P, Junge, P. Ja, Junge, ich drück doch P. Einmal P drücken. Was ist denn nirgends? Warte doch da, 1300, holy shit. Ja, ganz ruhig, erst im Wasser. Du musst ja irgendwann auch mal auftauchen und atmen oder so. Er ist aufgestiegen. Hier, fliegen wir in unsere Richtung Base. Er versucht zu picken. Okay, ich bin Hälfte da. Er ist immer noch hier. Er ist gelandet. Uh, das war ein guter Move. Ich habe ihn gepickt. Ich bring ihn hoch. Ja, ich habe ihn gepickt. Hier, siehst du ihn? Ich habe ihn gepickt bei mir. Ich lasse ihn fallen. Lass ihn los, den Jungen. Hab ihn getetet. Er ist tot. Er ist tot. Ja. Schön. Gönn. Und? Wow. Eine Kibbe-Luke-Box wenigstens. Ja, immerhin. Nimm ich. Ich meine, etwas. Boah, wo rennt der Petri hin? Er rennt einfach. Da. Der macht sich von Wacka. Der Piet war der will 40. Oh Mann. Das ist mein Petri. Oh. Wo ist meiner? Ich habe doch gesagt, einer läuft weg. Hier irgendwo. Warte. Wer runtergelaufen? Junge. Wer ist er denn? Er hat aber gar keinen Bock mehr. Ist einfach, er hat kurz Slash Suicide gedrückt. Bin ich bescheuert, oder warum fickt Yachi so schnell? Fuck. So. Er ist heavy stehen, aber es ist jetzt mit 0 Money. Das muss keiner wissen. Ich hab kurz gecrafted. Das muss keiner wissen. Yachi ist wirklich ungewöhnlich schnell. Ich weiß nicht, warum der so ist. Aber mir gefällt's. Ist richtig schnell unterwegs, das wär so ein Speed-Hack einfach. Hier ist ein Petri-Spieler bei mir. Der farmt, der farmt gerade. Der hat sich zwei Stück. Der ist tot. Hä? Auf dem Berg stehen zwei Petris. Ein Toter-Spieler. Schlafend. Der ist ausgelockt. Hä? Night Owls. Oder die Pietzma. Ich hab' einen getrissert. Switch.dg.leon.xd. Das ist für keine bessere Idee, ich kill die einfach mit dem Anki, was mach' ich denn hier? Es gibt doch safe hier irgendwo so'n automatische Gardener oder so. Ja, safe. S+. Jo, im PT waren einfach 200 Electronics drinne. Chillig. Hier gibt's irgendwie nicht so'n Ding. Was denn? Der Gardener und der Farmer heben beide eigentlich nicht die Astino. Ach das meinst du, ist das nicht Item Collector? Ach doch, den gibt's doch. Ja, S plus Item Collector, das ist er doch. Nach der Farmerrunde mit dem Anki bin ich dann auf Lost Island gegangen und hab' versucht, ein paar Mare Wings zu tamen. Da ist doch das zweite Heavy. Nice. Okay, okay. Ich lass' dich mal in Ruhe. Auf Engels. So, Mare Wings. Äh, hier in dir nach hinten. Soll ich noch gucken, ob ich... Stecken muss irgendwie auf Wandern an sein, ne, damit die Sachen produzieren? Soll ich Dinge, Alter, weil ich das letzte Mal die Schnecke auf Wandern hatte. 1950 oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber... Äh, ja doch, auf Wandern und da muss man die einsperren irgendwie am besten, dass die nicht so weglaufen. Oder in der Gegend rum. Ja. Mit Fence Foundation Gates Dingern da kannst du so'ne kleine Kuhle bauen. Mare Wings Level war egal, ne? Ich nehm' irgendwelchen mit. Was fressen die? Hebel. Was, oder was meinst du? Die Argentinas? Ja. Äh... Aber die fressen Cakes oder so, oder? Die Wichser? Nein, nein. Zum Tame muss man mit Cakes machen. Aber nicht so. Ich glaub' Berries einfach. Die krass wäre, als würde die die ganze Zeit Cakes fressen, Alter. Als wären die irgendwie so'ne Premium Kreatur. Doch, ich glaub' ehrlich. Nein, nein, nein. Du kannst die Tame mit Cakes, das stimmt. Mit Passive Tame, mit Null. Oder auslocken. Aber nicht normal fressen. Das wäre ja die übelste Ressourcenverschwendung. Was sag's? Ja. Weil, wann fütterst du ja auch, wenn du sie breeden willst. Zum Beispiel mit Milch. Aber wenn du sie aufgewachsen sind, kannst du sie mit Fleisch füttern. Das ist auch sowas. Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Das ist kein einziger Meerwing hier. Wow. Nein. Was? Die paaren sich jetzt. Ja, lass sie doch. Wenn ich auf Wandern mache. Ja, ist noch nicht schlimm. Hä? Muss man ja auf Wandern machen? Ich... 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 Ich guck jetzt. Ja, guck mal schon noch. Ja, aber dafür haben wir ja den Item-Kollektor. Ja, dann wird das wohl jetzt auf Wandern gemacht. Ja, ist ja... Kannst du... Oh, hier... Hier perpst du deine. Hier perpst du deine. Ah, der ist Level 15. Ah, wer weiß, vielleicht hat er einen BP einstecken. Jetzt sind die beide schwanger. Ja, natürlich. Ja, die haben, glaub ich, kein Geschlecht, Dinger. Was hast du denn die Dumm? Als ob der C-Spin nicht getroffen hat. Oh, er fliegt, er fliegt. Ah, leider daneben. Ich glaube, er ist gestorben an Fall-Damage. Ja, ist er halt. Oh mein Gott, der arme. Ja, der Hummelflyer. Äh, zwei Krajus. Zwei Krajus. Hier, Bolas und ein Ei. Lecker. Wollte safe auch nur einen Marewing haben. Ist ein Marewing-Player. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Propellant? Was ist Propellant? Was ist Propellant? Äh, Treibstoff, mit dem man Flame-Arrows macht. Und Flammenwerfer-Money. Oh mein Gott, der Sven, fuck. Braucht man das? Ja, unlucky. Ist doch nicht schlimm. Gell auf, zu Propellant. Hier, perished schon wieder einer. Warte. Jo-Wars, wir müssen's anders machen. Ähm, hier sind keine Marewings. Wir müssen auf Genesis gehen. Hast du Genesis? ist ja also kann ich kurz ob ich es noch downloaden können ja doch nicht ganz oder warte mal schnell ah nein kann ich nicht jetzt habe ich kein teil ich muss ja über diesen chance ich kann den unterladen weil die sind keine morgings aus lost 1 wobei es gibt noch eine andere lost island das ich bin da drauf egal nein gibt es nicht quatsch ich erzähle wieder bullshit hier nur eine lost island map warte bist du bist grad auf lost island bist du in der wüste ja ich kann kakteen holen glaube ich hatte wo ist eine wüste ja in unserer cave drinne stimmt kann ich den bebringen gleich da werde ich geil weil dann können wir den dings anschweißen haben dann ja und endlich zement ja mache ich mach dir noch eine harpune dass du die marie netten kannst dass du dir einfach dem stil weil sonst bist du einfach auf den drop gewartet für einen verschissenen laser pointer blueprints wo ist hier schweff da ich hatte kein leg was ist das denn jetzt ich will helena skippen hallo hallo nein ich werde das skippen guckst du gerade ein tutorial dings diese einstiegsvideo das kannst du nicht skippen und du bist sogar gespawnt in der real map als wenn ich jetzt jemand findet kann ich aber umgeben was das scheiße wie lange dauert das eine minute vielleicht ja das ist einfach noch bin ich tot ich sehe meine rüstung rechts wenn da etwas runter geht habe ich angefressen der wii angepisst nimm immer mal blaue drops mit da sind keks immer drin ne ich hab wieder drei keks gelootet wo ist der tag anzug der gibt es doch nicht jetzt noch nicht aktiv hier ist ein marion spiel hat ein gekriegt hat mich gepägt ja alles klar er hat die gewonnen schottet er hat eine ja perfekt alles klar alles klar will sie noch mal anlegen mit mir oder was ja ich sitze was ist mit ihr oder was ist wieder scheiße oder was ist wieder scheiße oder was ist wieder scheiße oder was ich muss abtrappeln schnell die junge zieh ich kann das ja alles nicht mehr was ich kann das ja alles nicht mehr wow schwefel ach mann ja weil ich so gut bin habe ich eine reserve in der tasche weil du einfach besser bist ne ja danke dass du es eingesehen hast aber nicht besser als ich besser als der andere das habe ich ja nicht gesagt genau besser als der andere es ist eindeutig dass wir gleichgestellt sind ja aber wenn da halt ein loch ist es halt scheiße und nein ich habe kein petri sattel leck mich doch oh nein ja was warte ah bei terror bird lebt noch jawohl moin chef was geht lust die tour zu machen auf geht's hast du eigentlich kaktus selbst geholt ja ja populant wird schon gecraftet 100 stück genau jetzt kannst du es dann in item collector packen wir sind es einfach der treibstoff oder was ja ok packst rein dann kannst du anschmeißen activate ja habe ich so die ah da sind zwei baby argentinas drinne warte mal ok ok die klär mich jetzt du kannst ja noch ein paar wieder in diese das loch schweißen wir haben noch irgendwie 8 gekryot warte mach ich ich glaube wir sollten die alle neutern ich glaube sonst wird das zu stressig ja sie werden die baby sind halt sterben ist ja nicht schlimm weißt du eigentlich soll ich mal gucken was du für eine indie porch brauchen ja 146 öl nur 10 alter ja ist eigentlich ziemlich gut ich glaube wir brauchen aber nicht mal eine indie porch weil die sachen so schnell durchschmelzen in jedem ofen sind 6 ja aber viel geht später und geiler eine indie forge zu haben als ich hatte so viel ok entschuldigung muss ich gar so aggressiv werden alles gut wir machen einen doch ja ok naja chainsaw machen ganz wichtig electronics fehlen ne teilen sie nicht aber wir müssten noch ein heavy machen können das ist ja fighter eng als gerade was wenn mir hier grad kein zweites mewing gönnt das kann nicht sein dass die ganze map abgefarmt ist da gibt es jedoch wie sonst was hier ist ein mehrwings spieler bei mir war der ludic bieber der mir jetzt schnell 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 er hat einen flammenwerfer ach digga ich kann das hier alles nicht mehr wirklich er hat wirklich einen flammenwerfer in der hand der kleine go wo ist der ich habe seinen mewing getötet für die freche aktion kammer stark dominanz zeigen boah er ist so schlecht da wollte mich bohlen hat es verkackt er ist overweight hat eine whip wie kann er wie kann er ne ich habe dafür keine worte mehr langsam ich habe jetzt hier einen spieler der nackt zu fuß hier rumrennt den flamethrower hat den ich eigentlich töten will aber ich kann ihn nicht killen mit die die der der die 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 jetzt hier nichts finden dann weiß ich auch nicht weiter jetzt immer noch jeder typ das war mit der heutigen folge ich hoffe euch gefallen der typ ist leider abgehauen keine ahnung ich habe ihn nicht mehr gefunden ich glaube sogar hat sich weg teleportiert in dem moment sorry ich habe mir gerade noch ein paar sachen angeguckt die später noch in der season passiert es wird echt geil wir werden sogar auch ein zwei zuschauer treffen es wird wirklich ultra funny deshalb seid gespannt wie es in der nächsten folge weitergeht lasst mir gerne like und abo da schreibt was nennste kommentare und eine kleine info noch am rande ich arbeite momentan an einem projekt wohl einige wieder mitzocken können von euch deshalb haltet die oren offen und wenn es neue infos gibt gebe ich euch bescheid mal gucken wie lange das ganze noch braucht es ist noch in der entwicklungsphase aber ich gebe mir mühe es schnell zu erledigen wie es geht in diesem sinne habe ich lieb wir sehen uns im nächsten video hat rein und ciao